Duell der Süchtigen Da bin ich drin Heute ist wieder soweit Mal wieder eine Folge Umschreiben Ich bin nicht bei mir daheim Ich bin in meiner neuen Ferienwohnung Bei Marcel Es geht raus Ich hau zwei Löffel Gamers Only rein Zwei Löffel VGA hau ich rein Das schmeckt Für alle Leute die vergessen haben Wie umschreiben geht Kurz eine Erklärung Umschreiben geht folgendermaßen Zum Beispiel Ich hab aufgeschrieben Das Wort Fußballspiel Ganz wichtig Die Jungs müssen genau auf dieses Wort kommen Ich sag Jo Jungs Samstags 15.30 Uhr Was könnte das sein Max sagt Fußball Ich sag Da fehlt noch ein Wort Was ist es nämlich Was sagt Marcel Das ist ein Spiel Auf einmal Fußballspiel Beide zusammen Das ist der Punkt Der Mann Der Mann ist sowas von gebrochen Was Ich hab zwar schon verraten Wer heute dabei ist Aber heute spiel mit Monitor Trimax hier Moin Ich bin Ach Max Oh nein Oh nein Digga Nicht mit Trimax Sehr gespannt wer gewinnen wird Und ich würde sagen Wir fangen direkt an Let's go Wenn man etwas ganz oft macht Digga Es geht los Das erste was ich sehe Ist wie Trimax Shield Das kann doch nicht sein Das Video startet Und das erste was passiert Ist Trimax Shield Wie kann das sein Wie kann das sein Wie kann das sein Der Junge ist zu lost Um gerade auszugucken Wie geht das Wiederholung Wenn man etwas ganz oft macht Dann hat man das Verlangen dazu Aber was Oh nein Man sieht richtig wie er arbeitet Im Kopf Bedürfnis Sucht Nachsüchtig Das war zeitgleich Das war zeitgleich Wiederholung Ich umschreibe jetzt jemanden Ja was War das jetzt Trimax oder nicht Ich umschreibe jetzt jemanden Den kennen wir zu 100% Das ist ein Fußballspieler Sehr gut Sehr schnell Messi Jemand anderes Sehr schnell Coman Mbappé Mbappé Alter Was Das musst du doch wissen Musiker Haus Quartor Mbappé Was sind das für scheiß Begriffe wieder Das was ich suche Findet man im Kühlregal Im Supermarkt Unter anderem Eis Pizza Es ist ein Sehr speziell Freezy Frozy Joghurt Ja Es ist sehr speziell Digga ich mach jetzt einfach Ich melde jetzt Markenrechtsanmeldung Auf Freezy Frozy Joghurt Und Leggy Joghurt Frozen Joghurt Daniel ist von der Marke auch Den kennt man Den hat jeder Müller Milchreis Ach Max Das ist doch kein Joso Digga Joso Joghurt Der ist gefleckt wie eine Kuh Paula Fleckenjoghurt Paula Fleckenjoghurt Zott Montemann Das ist Pudding Was ist Zott Montemann Ne ist er nicht Hab ich noch nie von gehört Doch Was du hast noch nie von gehört Du heißt so Du heißt so Das ist dein Name Was du hast davon nicht gehört Du heißt so Das bist du Wie kann man davon nicht hören Das bist du Marcel du kennst ihn sehr gut Marcel hat einen Namen Und der Joghurt Zott Montemann Den kennt Trimax Lecker Wollchen Zott Montemann Gibt es das als Eis Wo ist Marcel schon wieder Marcel wo bist du Ja gerade in Köln Im Stern TV Studio Aber wo ist dein Kopf Wie soll ich als Eis Wer redet hier von Eis Du hast doch gerade Gefrierstruhe Oder Gefrierfach gesagt Gefrierfach ist um Guck mal Im Kühlschrank Im Kühlregal Im Kühlregal Im Kühlregal Den nächsten Begriff Kennen die zu 100% Weil das habt ihr in diesem Spiel Sehr oft gewollt Danach habt ihr gewollt Walkout Richtig fürs Selbstbewusstsein Scheiße Okay ich such nochmal einen Fußballspieler Cristiano Ronaldo War nur Spaß Mehr kennt Max nicht Mbappé Cristiano Ronaldo Und Messi Ein ganz bekanntes Land Triffst dich noch mit Monte heute Ich werde vom Stern TV Studio warten Und ihn abfangen Ja Klar Deutschland Brasilien Brasilien Das war klar Das war klar Woher soll ich das denn wissen Ja welches Land denn Ich guck nicht alle deine Videos Ich hab mich nie verschwungen bei Ländern Franzose Ich will diese Jacke haben Und damit ficken Der nächste Begriff Da geht man Also mit Freunden Vor Corona war man da oft Kneipe Bowling Kino Kneipe Puff Bar Bei Max geht es nur ums Saufen Shisha Club Shisha Beladen Shisha Shisha Bloben Brauchen Shisha Bar Ich brauch nur das Shisha Ja Wir alle kennen diesen Begriff Weil wir machen Videos Wir sind YouTuber Was macht man ganz am Anfang Am Anfang Aufnehmen Anmoderation Intro 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 Das ist krass Geil Ich schneide schon seit 4 Jahren nicht mehr Ich weiß nicht Intro was war es noch Moin 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 In dem Zimmer war ich oben auch noch Digga Und ich hab da oben Waro aufgenommen Und ich musste Monte aus seinem eigenen Zimmer Rausschicken Weil GLP gesagt hat Alle Die jemanden im gleichen Raum haben Die werden bei Waro gebannt Ne Ne So war es nicht Aber Irgendwie so war es Also Monte durfte nicht in der Facecam zu sehen sein Glaube ich Genau sowas Hat dich Montag da oben mit der Jacke vernascht Genau Ja ja hat er Und da waren Sextoys unterm Bett Das weiß ich auch noch Ja Verfluchte Scheiße Ich such jemanden Das ist ein Job Der kann den Kader leider nicht ausführen Aber ist für uns alle sehr wichtig Max zum Beispiel hat ihn vor paar Monaten sehr gebraucht Oh Digga Friseur ganz wichtig Soll ich das wissen Digga was Max gebraucht hat Alter Warum wird der so aggressiv Marcel mach ruhig Aussehen zu tun Mit eurem Aussehen Priseur Priseur Was Da war ich schneller Bruder Scheiße Okay als nächstes Max grinst die ganze Zeit auf dem ist alles egal Digga der schaut schon wieder rein Jetzt hätte er 20 Bier gesoffen Jungen Die besucht man oft Google Pornhub Was Wie bitte Ne Webseite Die man versucht Youporn Weiß Youporn Wer geht denn auf Youporn Wer geht denn freiwillig auf ne deutsche Seite Und wichst da Wer macht das denn Wer wichst denn auf Deutsch Digga wenn gewichst wird Dann wird international gewichst Und zwar auf Englisch Und auf Spanisch Und so weiter und so fort Wenn dann wird international gewichst Wenn dann wird International gewichst Junge Beispielsweise Wenn du so dem Ich hab einfach recht Was Das war klar Wer besucht denn auf Google Man geht immer zuerst Google Bevor du irgendwo hingehst Öffnest du Google Ja scheiß drauf Ich bin voll am Gewinn Max Ich bin voll am Gewinn Wirklich heute sehr schlecht Als nächstes Geile aggressive Grundstimmung Fühl ich Ich ne Frau Sie ist sehr bekannt Äh Yappi Wer Ja Yappi Ist doch keine Frau Ist doch ein Mann Nein Was ist Yappi nochmal Ist ne Transe Ist ne Frau Yappi Nein Jemand von uns hier im Raum Kennt sie besser Also er kennt Agatha 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 Es ist Agatha Es ist Agatha Jeden Tag da ist Agatha Es ist Monte kann seine Ach Marcel Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Was machst du Das sind so dämliche Fragen Du hast eben doch gesagt Dass sie wieder gezaubert hat Ja was weiß ich Irgendwann Irgendwann werde ich auch Da hinkommen Ich muss Sascha Eigentlich mal fragen Kann man Ist Ist es so Dass Agatha Macht Also Hallo Ich hab als erstes Jappi gedacht Was denkst du Ja ok Du weißt nicht wer Jappi ist Aber wenn du weißt wer es ist Dann erscheint dir das ganze lustig Ok Als Jappi Als nächstes Such ich eine Marke Mit der Marke kennt ihr beide euch sehr gut aus Mercedes Es ist ne Marke Die hat einer von uns Sogar an seinem Körper Rolex Es ist Rolex Finde ich geil Dass der Rolex Punkt an mich geht Ja ist doch in Ordnung Wiederschauen Und reingehauen Wisst ihr was ich cool fände Wenn Monte sich keine Rolex Krone Dahin tätowiert hätte Sondern einfach So ein normales Logo So was wie das Logo von Keine Ahnung Wie das Logo von Volvic Oder wie das Logo von Durex Einfach So ein Einfach so ein Nicht so was krasses Sondern Oder Pepsi Pepsi Logo Digga Was für ein Assi Geil Das McTaribo Logo Ja Digga C und A Oh Digga Du hast ein C und A Logo im Gesicht Oh Als nächstes suche ich Ola Cala Logo wahrscheinlich Oder Computer spielen Sehr sehr Call of Duty Minecraft Was auch immer noch gut läuft Fortnite Among Us Damals mega im Halbgerät Fall Guys Und spielen immer noch Leute Fortnite Among Us Im Computerspiel Kommt schon PUBG Nein Minecraft Alle für uns hat es richtig oft gespielt Und spielst ja auch immer noch So weit ich weiß Ich Ein Computerspiel Was du spielst FIFA Rust Nein Digga Pokémon Ey damit sind vier YouTube Kanäle Groß geworden FIFA Gibt es auch fürs Handy Minecraft oder Minecraft Digga was willst du Minecraft League of Legends Welches Spiel haben wir gespielt Dota 2 Minecraft Minecraft Du hast gespielt Nee Ja in wir haben wir ja gespielt So weit ich weiß Dass Marcel Du dieses Spiel nicht gespielt Ach aber toll dass du es wieder Marcel hat es wohl gespielt Marcel hat es mit mir gespielt Hat er das Marcel hat mit mir Nämlich Minecraft Haben wir nämlich gespielt Zusammen Nämlich Haben wir gemacht Haben wir zusammen gespielt Nämlich auf meinem Kanal Master Builders So nämlich Als Vorteil Verinnern Schade Du Idiot Mega bekannt 2012 Minecraft 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 Wie haben wir das nicht vorher genannt Äh jetzt mal ganz ehrlich Hat es auch wissen können Natürlich hat er es wissen können Das ist doch das Game Ich habe nie Minecraft Nicht einmal Minecraft selber gespielt Das ist Und jetzt Jetzt reicht es mir Jetzt reicht es mir nicht Einmal habe ich selber Minecraft gespielt Montana Black Minecraft 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 Noob Feed Revinzeit Ich will quitten Feed Revi Eins Zwei Drei Moment Master Wie heißt das Master Bilders Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Junge 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 Ich wurde angelogen Ich wurde angelogen Von Montana Black Mal wieder Entschuldigung Schon das PC-Game Hat er recht War dumm von uns Sorry Der hat einfach wirklich Alzheimer Als nächstes Such ich wieder was Die senden ab und zu Ich rufe ihn jetzt an In der Stern-TV-Sendung Und sag ihm, dass er wohl Minecraft gespielt hat Das ist eine gute Idee Die sind nicht so nett GEZ Nein Finanzamt Finanzamt Digga Meine Fresse Ich hatte gar keine Ahnung Meine Fresse Ich hatte gar keine Ahnung, aber wenn du das GEZ gesagt hast, dann war es für mich klar Natürlich, klar, klar Das ist drauf, Digga Marcel, kennst du dich damit nicht so gut aus? Ich weiß nicht, was du meinst Zehntausend auf mein Konto Versteuere ich nicht Okay Würde ich Würde ich Würde ich Würde ich Weiß ich nicht Würde ich anders machen Als nächstes suche ich einen Gegenstand Der ist sehr wichtig Wenn wir schlechtes Wetter haben Regenschirm Regenschirm Was? Sag Dings Äh, was ist, ja? Wenn man ein Tier hat Ist dieser Gegenstand Haustier Extrem wichtig Gerade wenn man mit dem Tier rausgeht Leine 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 Ich hätte jetzt eine Ahnung Was weiß ich Das ist als Kind Hasenzahn Als Jugendlicher sei wichtig Weil dort geht man Und man will Schule War ich nicht Oh, oh, ah, ah, oh, oh, eh Digga, no Angels Oh, die ist so An der Stelle Sind wir komplett Wenn es ein Mittelfinger sind Das ist bestimmt Agatha Das sind bestimmt Agathas Äh Raus Marcel Max Kuss geht Diese Bilder Dieses Bild Marcel Max Dieses Bild Es gibt ja auch kein anderes Bild Von Trimax, oder? Kuss geht raus Danke, dass ihr mitgedreht habt Ich hoffe euch dreimal Hat das Video gefallen Falls Der Mann ist, könnt ihr gerne Den Daumen nach oben da lassen Schaut auf jeden Fall Bei den Jungs vorbei Falls ihr diesen Kanal Nicht abonniert habt Könnt ihr jetzt auf kostenfreier Leerartbasis Ein Abonnement Für mich da lassen Ich denke Ich bleibe auch spontan Noch zwei Wochen Hier bei Marcel Marcel, du bist Au Marcel Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video Wieder Wenn es wieder heißt Ui Der heißt einfach Ui, der Hund Was? Ich glaube, der Hauptgraf ist gegessen, Mann Okay, und Ende Oh, Max Oh, Max Okay, und Ende Heute ist wieder so weit Heute Heute Heute